Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Jan Thomas. Ich leite als Chefarzt das Endoprothetikzentrum an der Hessing-Klinik in Augsburg. Heute möchte ich Ihnen gerne was zum Thema künstliches Schultergelenk erklären. Unter einer Schulterprothese versteht man den künstlichen Gelenkersatz im Bereich des Schultergelenkes. Hierbei werden die Laufflächen des Schultergelenkes mit künstlichen Oberflächen überzogen, um so die Funktion des Schultergelenkes wiederherzustellen. Ein künstliches Schultergelenk wird in den allermeisten Fällen im Rahmen einer fortgeschrittenen Verschleißerkrankung des Schultergelenkes, der sogenannten Omarthrose, eingesetzt. Ein anderer Fall ist auch die Oberarmkopffraktur, dass wenn der Oberarmkopf in mehrere Teile fragmentiert ist und die Durchblutung der Fragmente nicht mehr gewährleistet ist, kann mit einer Schultergelenk des Prothese ebenfalls wieder die Funktion sehr gut gebessert werden. Der dritte Fall ist eine fortgeschrittene Schädigung der schulterumgebenden Weichteile, sprich der sogenannten Rotatorenmanschettenmuskulatur, wodurch die Funktion des Schultergelenkes aufgehoben sein kann und dann durch die Implantation einer sogenannten inversen Schulterprothese wiederhergestellt werden kann. Beim künstlichen Schultergelenk unterscheidet man im Wesentlichen zwei verschiedene Formen. Das ist einmal die anatomische Schulterprothese und die sogenannte inverse Schulterprothese. Die Wahl der Prothese hängt letztendlich vom Weichteilmantel um das Schultergelenk herum ab, weil wir wollen einerseits natürlich die Schmerzen lindern, die vorher bestehen, aber andererseits auch die Funktion des Schultergelenkes optimal wiederherstellen. Als Verankerungstechniken kommt sowohl die zementfreie als auch die zementierte Verankerung in Frage. Das künstliche Schultergelenk kann direkt nach dem Einsetzen schon bewegt werden. Am Anfang ist der Physiotherapeut der wichtigste Behandlungspartner für den Patienten. Das heißt, er bewegt zunächst passiv und aktiv assistiv das Schultergelenk. In den therapiefreien Pausen ist das Schultergelenk in einem Schlingenverband ruhiggestellt, sodass dem Patienten die Schmerzen gut gelindert sind von Anfang an. Im weiteren Verlauf lernt der Patient dann wieder aktiv sein Schultergelenk zu bewegen und die volle Funktion wiederherzustellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017